Musik Hallo und herzlich willkommen in meinem Musikzimmer zum heutigen weihnachtlichen Musizieren. Schön, dass du da bist. Heute spielen wir Joy to the World, ein englisches Weihnachtslied mit der Melodie von Georg Friedrich Händel. Kommt her an die Noten! Und dann, ihr seht, das Lied steht im Zweivierteltakt. Wir hatten immer in der linken Hand deutlich zwei Viertelnoten in einem Takt. Der erste Abschnitt geht bis hierhin, bis come, let earth receive her king. Da ist wieder ein Abschnitt zu Ende in Takt 8. Dann wieder in Takt 14 und ich spiele und zeige es euch in den Abschnitten, wie man es auch singen würde. Hier unten findet ihr den Link, ladet euch die Noten runter, druckt sie aus und wer mitspielen möchte, kommt her an die Tasten. Die rechte Hand spielt EC mit 2, 4, jetzt drüber mit 2, 4 und nochmal drüber und 10 und 2 und. Nochmal die vier Takte EC, GH, FA und drüber mit 2, 4, 1, 3, 2 und 2 und mit dem dritten Finger auf das G. Ich mache weiter, Takt 5 bis 8, C, F, A, 1 und 2, A, H, F, A, E, C. Es wird ein bisschen zweistimmig, ich spiele nochmal die Stimmen. und 1 und 2 und damit haben wir den Übergang zum nächsten Abschnitt. So spiele ich jetzt in Takt 9 weiter. E, C, G, H, F, A, E, C, G, H, F, A. Ich gehe drüber mit 2, 4 auf E, G und spiele D, G. Nochmal derselbe. Ich wiederhole nochmal ab Takt 9. Jetzt halte ich das D ein bisschen aus. Es hat nämlich eine Vierte und C, E. Ich wechsle auf 1, 5. Auf 3, 5. Ich spiele weiter, Takt 13. 1 und 2. Ich wechsle auf 3, 5. Und ab Takt 17 kommt ein großer Spruch. C und G, C. Und dann wechsle ich wieder. Nochmal den Takt 17. C und jetzt G, C. Ich wechsle. 5, 3, 2, 4, 1, 3. Und den 10 zweiten Finger. Natürlich gibt es auch mehrere Möglichkeiten. Ihr müsst nicht unbedingt meinen Fingersatz nehmen. Aber für die, die wollen, zeige ich es nochmal. Mal ab Takt 17. G, C. 5, 3. Und einmal von vorne die rechte Hand zum Mitspielen. 2 und. 1 und 2. 1 und 2. 2 und 3. 2 und 3. 2 und 3. 3 und 3. 3 und 3. 4, 3. 5, 3. Stellt auf Pause und spielt die rechte Hand zwei bis drei Mal für euch allein. Wir spielen jetzt die linke Hand. Es beginnt C mit der Oktave. F, A und G. Ich spring auf D, F, C, E. Nochmal, Oktave C. Viertel mit Punkt. F, A, G, F, A. Ab Takt fünf. Der zweite Finger liegt auf F, E, D, F, G, F, E, D, C. Beachtet, dass das untere C liegen bleibt. Ihr seht es in den Noten. Takt fünf bis acht. Das C bleibt liegen und ich spiele G, E, G, C. Weiter Takt neun. H, G, C, G und C, G. G, H, C, C, G. Ich spiele noch mal Abtakt 13. 1, 2, 3, G, E, G, E, F, C. Jetzt Takt 16. 17, C, E, 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 F, C. Gut gemacht, wenn du bis dahin durchgehalten hast. Spiele auch die linke Hand zwei bis drei Mal für dich alleine. Wir spielen jetzt langsam mit zwei Händen. Links C, Oktave, rechts E und C. Ich spiele rechts drüber. Rechts gehe ich drüber, auf 2, 4. Links, 1, 5, 1. Ich spiele D, E. Takt neun mit Auftakt. Ich gehe drüber rechts, links. Ich gehe drüber rechts, links. Ich gehe drüber rechts. Wenn ihr euch ausführlichere Anleitungen wünscht, dann schreibt es doch in die Kommentare. Ich wünsche euch Happy Play und sage Tschüss bis zum nächsten Mal.